Jo, der HSV führt einfach mal 2-0 gegen Ingolstadt, Nürnberg verliert gegen St. Pauli, Rostock führt 1-0 gegen Paderborn, Karlsruhe 4-0 gegen Hannover gestern gewonnen, respektabel für die Badener und ja, damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal, Thilo Elias02, ja, Thilo Elias02, da bringe ich das Video, danke. So, heute wollen wir mal ein bisschen regionaler werden und zwar, wir schauen uns erstmal Regionalliga an und dann gehen wir runter bis in die untersten Ligen von der Region Baden-Württembergs, Nordbaden vor allem, da wo ich herkomme, ist ganz wichtig mir, aber jetzt schauen wir mal ein bisschen an, was zum Beispiel in Bayern so los ist, ich glaube da hat sich nicht viel getan, Bayern finde ich jetzt eh nicht so interessant, da sind halt viele Dorfvereine, Leider ist das bei Württemberg nicht der Fall, aber jo, Schweinfurt Bayreuth, Bayreuth ganz oben, Passau, ich weiß gar nicht, wo der FC Passau spielt, äh, gibt's ja auch noch Altersdorf, Eichstätt, jaja, Buchbach, auch noch so ein Verein, Nord, Regionalliga Nord, Weiche Flensburg ganz oben, da gibt's ja noch einen anderen Verein, ich weiß grad nicht, wie er hieß, ich muss mal kurz schauen, finde ich grad nicht, es gibt auf jeden Fall Flensburg-Handewitt, weil Flensburg ist eine Handballstadt, und ja, Weiche Flensburg, gibt bestimmt noch andere Flensburger Vereine, Weiche Flensburg auf jeden Fall auf Platz 1 gerade, wollen ja endlich mal in die dritte Liga aufsteigen, Altona mit Schwarz-Weiß-Rot, das sind die Flaggen des deutschen Kaiserreichs, Altona 93, Altona ist ja ein Stadtteil von Hamburg, genauso wie Buer, oder Erl, Erla SV gegen SSV Buer, das sind ja beides Stadtteile von Gelsenkirchen, Drocht, das ist ein Arsselhammer hier noch, PH Lübeck, was ist denn das? Erster FC Phoenix Lübeck, Hildesheim, Hannover, Delmenhorst, Jedelow 2, LSK Hansa, HSC Oberneuland, okay, Nordost schauen wir uns an, BFC Dynamo ganz oben, das ist glaube ich auch Steglitz-Zellendorf aus Berlin, also Berlin-Ost, dann haben wir den West-Berliner Verein, Berliner AK aus dem Stadtteil Moabit, aus dem Bezirk Berliner Mitte, Moabit ist meiner Meinung nach auch der schönste Ort in Berlin, aber muss jeder für sich selbst wissen, Cottbus, Jena, Lok Leipzig, Altglienicke, boah, keine Ahnung wo das liegt genau, Chemnitz, Babelsberg, Tennis Borussia, Berlin müsste aus Berlin-Kreuzberg sein, Luckenwald, Chemie, Leipzig, Lichtenberg, auch nochmal ein Stadtteil von Berlin, hier haben wir ganz kurz neue Nachrichten, und wirklich so, Halberstadt, ja, Tasmania Berlin, aus Berlin-Neukölln, Eilenburg, schauen wir mal auf die Regionalliga West, da hoffe ich ja, dass Preußen Münster aufsteigt, aber Rot-Weiß-Essen ist auch okay, Wuppertal, Fortuna Köln, Fortuna Köln ist ja aus dem Stadtteil Zollstock, aus Köln-Süd, aus der Südstadt, dann gibt es ja noch Höhenberg, Höhenberg aus Köln, das müsste in Nordstadt sein, dann gibt es ja noch Müngersdorf, Köln-Deutz, Köln-Sülz und so weiter, Oberhausen, da war Köln 2, Köln ist ja in Müngersdorf zu Hause, Wiedenbrück, Rödinghausen, Lippstadt, Ahlen, Weg, Berg, Weg, Allemannia Aachen, oh je, spielen die, und wenn wir auch verlieren, das andere wird bestimmt, Allemannia Aachen wird nicht untergehen, Aber eins, aber eins, was bleibt ist die, Allemannia Aachen wird nicht untergehen, okay, ich singe ein bisschen gerne, die Hymne, und Uerdingen auf Platz 20, ja gut, die haben es aber irgendwie verdient abzusteigen, das müsste ja aus dem, jetzt wollte ich Kreichgau sagen, ne, Uerdingen ist, wo liegt ein Uerdingen, Junge? Was habe ich denn gerade noch gesagt, äh, Uerdingen, Krefeld, in Krefeld liegt das, Krefeld, genau, Krefelder Region, oh, HSV 3.0, gut, gehen wir runter in die Amateur-Ligen, und da ist ganz interessant, was es für Verbände gibt, es gibt Baden, ja, gibt es, wartet, ne, das ist, doch, 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 das stimmt, es gibt Baden, aber es gibt auch Südbaden, also das ist hier Nordbaden quasi, Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Mittelrhein, Niederrhein, Niedersachsen, Rheinland, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Südbaden, Südwest, Thüringen, Westphalen und Württemberg, wollen wir mal auf die Karte schauen, so ist das eingeteilt, hä, nicht ganz, egal, schauen wir mal, Herren Oberliga, Oberliga Baden-Württemberg, gehen wir jetzt mal durch, ja, Pforzheim wieder verloren, ich bin ja aus Pforzheim, wie ihr wisst, also ich bin in Pforzheim geboren, zumindest, so, Freiberg auf Platz 1, dann die Stuttgarter Kickers aus dem Stadtteil Degerloch, da gibt es ja auch noch Stammheim, Obertürkheim, Möhringen und so weiter, wir kommen da später noch dazu, Göppinger SV, Backnang, Villingen, CFR Pforzheim, Bissingen, Bietigheim-Bissingen, sollte man kennen, Ravensburg, SSV Reutlingen, das liegt irgendwo da, wo oft der Ding in Mössingen und so weiter liegt, Oberachern, Rielasing-Arlen, das müsste im Südbaden liegen, ganz an der französischen Grenze, glaube ich, oder an der Schweizer Grenze, genau, ganz, 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 ganz unten am Bodensee, FC Astoria-Waldorf 2, Nöttingen, FC Nöttingen, ein Stadtteil von Remchingen, Neckarlsum, links, links müsste auch ganz unten liegen, Freiburger FC, früher noch die absolute Nummer 1 in Freiburg, mittlerweile nicht mehr, heutzutage ist es der SC Freiburg, der aktuell sogar auf dem Weg zur Champions League ist, auf Platz 3, früher gab es ja auch noch den FV Karlsruhe, Karlsruher FV, der war damals stärker als der Karlsruhe-Mühlberg-Phönix-Verein, Karlsruher FC-Phönix-Mühlburg, irgendwie so, Dorfmerkingen, Bruchsal, Ilshofen und Lörrach-Brombach, Lörrach sollte man kennen, ist da irgendwo, wo Stockach, glaube ich, liegt, wir kommen zur Verbandsliga, Verbandsliga-Baden, der Verband, da ist der SV Spielberg oben, dann haben wir hier Mutschelbach, VfM Mannheim, VfB Eppingen, Zutzenhausen, Fortuna Heddesheim, Mühlhausen, Gommersdorf, TSG Weinheim, der Verein, den kenne ich, der hat mal Bayern aus dem Pokal rausgeschmissen, SV Waldhof Mannheim-Ding, Kürlach, SV Langensteinbach, Langensteinbach kenne ich sogar, Spielvereinigung Neckerels und dann Spielvereinigung Dorlach-Aue, Dorlach ist ein Stadtteil von Karlsruhe, ich weiß nicht, ob Aue, keine Ahnung, Dorlach, ich würde sagen, das liegt bei Karlsruhe, aber kann auch ein anderes Dorlach gemeint sein. Wir kommen mal zu den Landesligen, da gehen wir einfach mal in die Landesliga Mittelbaden, dort ist auf Platz 1 der VfB Bretten, dann haben wir den TSV Reichenbach, VfC Östringen, Nöttingen 2, Huchenfeld, 1. FC Birkenfeld, nicht zu wechseln mit Bielefeld, oder in Birkenfeld, das es noch, glaube ich, in Rheinland-Pfalz gibt, Öster FC Isbringen, FC 07 Heidelsheim, nicht zu verwechseln mit Heidelberg, ich weiß nicht, wo Heidelberg spielt, das ist schon der zweite Verein, Öster FC Ersingen, das liegt bei Kempfelbach, liegt in Kempfelbach, das ist ein Stadtteil von Kempfelbach, war ich schon öfters, SV Kickersbüchig, dann haben wir den FV Ettlingenweier, VfB Knielingen, ja, Knielingen ist ein großer Stadtteil, ein Stadtbezirk von Karlsruhe, genauso wie Grünwinkel oder Wolf-Ratzweiler, Wolf-Ratzweiler, Wolf-Ratzweier oder so, Wolf-Ratzweier, irgendwie so, FV Hambrücken, FC Neureuth und Tuss-Bilfingen, Bilfingen ist auch nochmal ein Ort von Kempfelbach im Finsttal, dann haben wir noch den SV Büchenbronn. Wollen wir mal in die Landesliga Odenwald schauen, ich glaube, da müsste ich nicht so viel kennen, ah, Türksburg, Moosbach, natürlich kenne ich, Grünsfeld, Moosbach, SV Neunkürchen, ich kenne nur, ich kenne nur den anderen Neunkürchenverein, Borussia Neunkürchen, aber das ist ja ein Saarland, Schlossau, Oberwitt, boah, oh, du Scheiße, Elztal, aber das hat, boah, der hat ein cooles Logo, muss ich sagen. Viktoria Wertheim, okay, muss ich mal alles Hund heim, ja, Moin. Landesliga Rhein-Neckar, da ist ganz oben Türkspor Mannheim, Mannheim liegt aber eigentlich in der Kurpfalz und nicht mehr ganz in Rhein-Neckar-Region, eigentlich liegt das ja schon eher in woanders, St. Leon, Brühl, SV Schwetzingen, ja, Schwetzingen kenne ich auch im Landkreis, in Karlsruhe, aber das ist doch nicht Rhein-Neckar-Region, oder? VfL Kurpfalz, Neckarau anscheinend doch, Kurpfalz gehört noch dazu, während die Westpfalz schon in Rheinland-Pfalz liegt, z.B. aus der FC Kaiserslautern, Spielvereinigung 06 Ketsch, okay. Wir gehen noch weiter runter, und zwar in die Kreisligen, oder, warte, ja, in die Kreisligen. Ihr merkt, ich bin sehr verwurzelt in Baden-Württemberg, ich kenne mich dort in einigen Punkten gut aus. Da gibt es Kreisliga Bruchsal, schauen wir uns mal die Vereine an, Neudraht, Wiesenthal, Flehingen, TSV Rheinhausen, Germania, Forst, Wiesenthal, Mingolsheim, Mingolsheim kenne ich sogar, Stettfeld, Germania, Karlsdorf, Menzingen, Odenheim, Neudorf und Kronau. Dann kommen wir zur Kreisliga Buchen, weiß nicht, wo Buchen genau liegt, aber, also da liege ich, da wohne ich nicht unbedingt. Oh, äh, doch, Osterburgen kenne ich, Osterburgen kenne ich, Osterburgen, ja, Osterburgen, da war ich schon mal, das ist ein cooler Ort. Äh, ja, Krautheim, 1954, SV Rot-Weiß, Waldhausen, aber ich glaube, da kenne ich echt nur Osterburgen. Aber sonst, TTC, SC, Schweinberg, okay, Buchen, Dornbach, Ja, Kreisliga Heidelberg, da bin ich jetzt mal gespannt, was da ist. Nussloch, VfB Leimen, FC 1958 Rot, VfB Rauenberg, TSV Rettigheim, ASC Neuenheim, interessant, Ebersbach, Heiligkreuz, Wald-Wimmersbach, kenne ich auch. Und da ist der TSV Heidelberg-Wieblingen, okay. Spielvereinigung Neckar-Gmünd, Wiesloch und VfB Walsbach. Okay, wollen wir mal in die Kreisliga Karlsruhe schauen, weil ich komme aus der Nähe von Karlsruhe und da, ASV Durlach, geil, Durlach ist geil. Da haben wir Weingarten, kenne ich auch. Stupferich kenne ich auch. Auerbach kenne ich auch. Aber Auerbach ist doch eher bei Bayern, oder? TV Spöck, Kidsport-Club 2010, Malsch, Wettersbach, dann wieder ein alter Verein, Germania-Neureuth, Söllingen, Sportfreunde-Vorheim, okay, Dachsladen-Busenbach, okay, interessanter Name, BW Mühlburg, okay, das ist glaube ich auch wieder ein Verein aus Karlsruhe, Jölingen, Alemannia-Eggenstein, FC West-Karlsruhe, Linkenheim und Leopoldshafen. Ich kenne Leopoldsplatz in Pforzheim, aber Leopoldshafen ist eine Stadt, okay. Wir gehen weiter nach zur Kreisliga Mannheim, Vierenheim, kenne ich nicht, SC Rot-Weiß, Rheinau, ja, ich komme nicht aus Mannheim, kann ich nicht viel sagen dazu, Lindendorf, Wallstadt, Neckarnau, ach, du Scheiße, VfM Mannheim, ja, kenne ich, Ladenburg, Hochstedt, Türkspor, gibt sehr viele türkische Vereine, die halt türkisch, ja, einen türkischen Namen haben, finde ich eigentlich auch gar nicht so schlimm, KSC Schwetzingen, finde ich eigentlich ganz cool, dass es so viele türkische Vereine gibt, also so, die sich halt in Deutschland mit, erstens mit der türkischen Kultur und zweitens mit der Stadt identifizieren, wir gehen mal nach Mosbach, Auerbach, boah, das wird wieder kompliziert, Mosbach, Didesheim, Weißbach, Fahrenbach, Billigheim, Billigheim, SV Rotbärm, FC Badenia, Schwarzbach, auch wieder etwas lateinisch, Faltenbach, kommen wir nach Pforzheim, da müsste ich vieles kennen, ja, den türkischen SV Pforzheim kenne ich natürlich, Kickers Pforzheim kenne ich auch, Konweiler Schwan, ja, Schwan kenne ich auch, Alemannia Wilferdingen, Wilferdingen singen, genau, Grundbach kenne ich glaube ich auch, Dittlingen, Fattisport Pforzheim kenne ich auch, Niefern, Bauschlott kenne ich jetzt nicht, Nussbaum kenne ich nicht, FV Bad Wildbad, Örster FC Alemannia, Hamburg, Knittlingen kenne ich glaube ich noch, TSV Neubehrental sollte ich noch kennen, FSV Buckenberg, ja, Buckenberg, Stadteil vom Pforzheim glaube ich, FC Germania singen, TSV Weiler und Göpprichen, cool, 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 gehen wir noch ein bisschen, naja, gehen wir mal in, in die, in die Kraichgau Region, Trash, Klingen ganz oben, Neckar, Bischofsheim, Äpfenbach, SG Kirchert, SV Reihen, VfL Mühlbach, unglaublich, wie viele Dörfe es in unserer Region, alleine schon gibt, also in Baden-Württemberg meine ich jetzt, VfB Bad Rappenau, Bad ist übrigens immer so, Bad Wildungen, Bad Kreuznach, Bad Kissingen, das sind alles immer Kurorte, ja, da gibt es zum Beispiel, sowas wie in Bad Dürrheim, gibt es da Kliniken, zum Beispiel auch für, oder auch Seniorenheime, also das sind immer Kurorte, damit es einem wieder besser geht, Töckücü Sinsheim, cooler Name, Sinsheim natürlich, das ist Hoffenheim, TSG Hoffenheim natürlich, klar, FC Badenia wieder, okay, Tauber Bischofsheim, was ist denn das für ein Ort, kenne ich gar nicht, Groß Rinderfeld, Bremenbach, Gerchsheim, Reichel, oh Gott, da kenne ich mich, glaube ich gar nicht aus, Wertheim, Wittighausen, Töckücü, Wertheim, Prülfingen, TSV, Jan Kreuzbertheim, Külsheim, wir machen jetzt übrigens nur Baden-Württemberg, weil wenn ich das jetzt noch mit anderen Orten mache, wird das eine Weile dauern, wir machen jetzt noch Kreisliga A-Klasse, oh Gott, gibt es da viel, ja, mich würde Kreisliga A-Heidelberg mal interessieren, Dielheim, Mühlhausen, SG Heidelberg, Kirchheim, genau, gibt es nicht auch den FC Heidelberg 06, nee, das wurde, wollte der Ding gründen, der Dietmar Hopp, schauen wir mal den Kreisliga A-Pforzheim, da gibt es den 1, TSV Wimsheim, FSV Eisingen, boah, das sind Orte, die ich echt nicht kenne, FC Viktoria, Enzberg, ja gut, die Enz kenne ich natürlich, ist ein Fluss bei Pforzheim, Spielvereinigung, Zayersweier, Kieselbronn kenne ich, Mühlacker kenne ich auch, Uelbrunn-Dürn kenne ich wieder nicht, Königsbach, Stein, ja gut, Klein Steinbach da, bei der Pfinsttal-Regierung glaube ich, ja genau, 1. FC Ersingen gibt es da auch wieder, Ischpringen, Niefen, Linsingen, Mühlacker, genau, Freie Vereinigung, ding, 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 Schauen wir mal Pforzheim 2, Tuss-Elmen-Dingen, 1. FC Engelsbrand, okay, 1. FC Unterreichenbach, okay, TSV Schömberg, ja, kenne ich glaube ich, ja, SV Neuhausen, dann Birkenfeld 2 oder so, SV Bürchenbronn 2, 1. FC Kalmbach, FV Tiefenbronn, Sportfreunde, Feldrennach, ist das nicht irgendwo beim Feldberg da, geht hier an Feldberg hier in der Nähe, müsste Feldrennach irgendwo liegen, FV Langenalp, TSV Mühlhausen an der Würm, ja geht hier auch irgendwo Wörth, Wörth am Rhein, Wörth am Rhein liegt nicht mehr in Baden-Württemberg, 1. FC Schnellbronn, oder was gibt es hier noch, Horb am Neckar, Horb am Neckar, genau, SV Ensk, Klösterle, VfL Höfen, und SV Huchenfeld 3, boah, okay, wir sind jetzt schon ziemlich weit unten, weil Huchenfeld, die erste Mannschaft, ist ja auch nicht ganz so weit oben, schauen wir mal noch nach Karlsruhe, ja, mh, Karlsruhe SV, wow, kenne ich gar nicht, ja moin, Krötzingen kenne ich aber, das ist ein Stadtteil von Karlsruhe, Fortuna, äh, VSB, F-S-F-S-F-S-F-S-F-Karlsruhe, Karlsruhe, Blankenloch, Lidolzheim, Palmbach, Russheim, Spöck, GSK, Karlsruhe, VfV Grünwinkel, ja, da ist die Grünwinkel, hab ich ja gesagt, das ist ein Stadtteil von Karlsruhe, da haben wir TSV, Schöllbronn, Kleinsteinbach, da haben wir Kleinsteinbach, Ettlingen, Alemannia, Bruchhausen, Berghausen gibt's doch da auch, Oberweiher, Stupferich, Südstern, Karlsruhe, müsste aus der Südstadt kommen, Neuburg, Weyer, ach, Pforz, ähm, Pforzheim, wie sag ich jetzt schon, Pforzheim, Karlsruhe, Karlsruhe hat so schöne Orte, Karlsruhe ist so ein tolles, toller Ort, da gibt's so viele verschiedene Orte, wir gehen jetzt mal noch ein bisschen weiter runter, da ist der Karlsruhe FV, da ist der Karlsruhe FV, genau, der war früher stärker als der KSC, und Neureuth gibt's da noch, VfB Grötzingen, ja gut, okay, ich glaube wir gehen jetzt ein bisschen weit runter, wir können ja noch in die Kreislager B Pforzheim einschauen, ja come on, Puckenberg, Ölbronn, Dürn 2, ja gut, Post-SG, Pforzheim, okay, Maulbronn, Hagen, Hagen ist scheiß, Fagenschieß, FC Baden, Damsbach, Wilfingen, Knittlingen, ja gut, das sind alles jetzt Vereine, die jetzt alles Zweitmannschaften sogar sind, türkischer SV Pforzheim 2 zum Beispiel, Greffenhausen, Finsweiler im Finsthal, SC Pforzheim, Konweiler, Sportfreunde, Dobel, ah, okay, Dill-Weisenstein, Langenalp, okay, wir schauen jetzt noch in die untersten Ligen, vom Pforzheim, würde mich jetzt noch interessieren, was es da noch gibt, aus der FC Pforzheim, der wurde neu gegründet, der wurde damals aufgelöst in Brötzingen, jetzt gibt es den anscheinend wieder neu, beim Heidach, oder so, Heidach, wobei Heidach liegt ganz woanders, gibt es irgendwie den ersten FC Heidach, keine Ahnung, Viktoria Enzberg, Viktoria Enzberg, Sportfreunde Mühlacker, okay, interesting, interesting, Hohenwart, Elmendingen, ach, da ist Kalmbach 2, und Wildbad 2, und Schellbronn 2, ja, das sind alles nur Zweitmannschaften, VfL Höfen 2, SV Enz Klösterle 2, Schömberg 2, Unterreichen, ja gut, das sind alles dann wieder dieselben Orte, Bauschlott Konvei, ja gut, okay, ich glaube, wir haben alles gesehen, Göpprichen ganz unten, Tiefenbronn, nochmal Pforzheim 2, 1. FC Pforzheim nämlich, der Verein wurde neu gegründet, der wurde nämlich aufgelöst damals, ja, interessant, interessant, wenn wir uns das mal ein bisschen anschauen, ich würde sagen, wollen wir jetzt noch, wollen wir jetzt noch Kreisliga, also es gibt ja noch bestimmte Kreisliegen, aus anderen Regionen, also aus Südbaden und so weiter, wollen wir mal darunter schauen, weil das war jetzt alles Nordbaden, ach Baden-Württemberg, du schönes Land, so Südbaden, würde mich jetzt auch noch interessieren, was in Südbaden so abgeht, ja ungefähr dasselbe, ne, 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 das sind andere Orte, Baden-Württemberg, Bodensee, Freiburg, Hochrhein, Offenburg, Schwarzwald, ja, ja, da gibt es nämlich auch noch so Orte, die bei Sigmaringen liegen, das ist ja Hohenzollern Ort, zum Beispiel, Biesingen, oder, Steinhofen, genau, aber genau weiß ich es auch nicht, oder Offterdingen, oder Heilbronn, das sind ja oft die Orte, die ein bisschen woanders liegen, wir gehen jetzt mal in die Rhein-Neckar-Region, also das ist irgendwie auch so ein bisschen in die Region Württemberg, wartet mal, wir schauen mal bei Herren nach, und gehen dort jetzt einfach mal auf, ah ne, Verbandsliga, genau, Verbandsliga Württemberg, mich jetzt mal interessieren, Holzhausen, Hollenbach, Essingen, Türkspor, Neu-Ulm, Kaltschio, Leinfeld, Sindelfingen, genau, Pfullingen, Pfullendorf kenne ich auch noch, Tübingen, ah, okay, cool, 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 aber ich glaube, wir müssen schon etwas weiter runter, warte mal, Landesliga? Ach Gott, das sind mit Staffeln und allem verbunden, das wird mich jetzt, Böblingen, Kalf 1, ja, schau mal da noch rein, FV Kalf, Mütlingen, Altensteig, Wildberg, Oberreichenbach nehme ich an, heißt das, Neubulach, Grünwärts, Ottenbronn, ah, da kann man, da kann man Bodensee und so weiter suchen, ich will mal Hohenzollern schauen und was die Vereine dort, Kroatia, Sindelfingen, okay, Eningen, Damsheim, okay, ich will jetzt gerne noch sehen, was da an Hohenzollern ist, aber wo ist ein Ost-Württemberg, ach Gott, ach Gott, da brege ich langsam nicht mehr durch, nördlicher Schwarzwald, wo kann ich denn Sigmaringen und so weiter suchen, Stuttgart, ja gut, gibt es auch noch verschiedene Orte, da gibt es bestimmt noch solche Vereine wie, Spielvereinigung Bad Cannstatt zum Beispiel, genau, Kroatia, Zagreb, Stuttgart, Veyingen, Feuerbach ist auch nochmal ein Stadtteil von, Untertürkheim, Stadtteil von Stuttgart, genau, Beograd, Stuttgart, okay, Stuttgart, Roa, ist glaube ich auch nochmal eine Stadt, Zuffenhausen, Zuffenhausen ist natürlich auch nochmal ein Stadtteil, Untertürkheim, Türksport, Stuttgart, Spielvereinigung Möhringen, ja, 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 das sind alles Stadtteile von Stuttgart, aber ich will jetzt mal noch ganz genau wissen, wo ist denn jetzt die Region, die ich suche, also nicht Bodensee, ich suche jetzt Sigmaringen, die Region, Hohenlohe, Hohenzollern suche ich, Hohenzollern, Zollern 1, da haben wir es doch, Kreisliga B, Zollern 1, ach Gott, was sind denn das für ein Vereine, da kenne ich glaube ich keinen Ort, Blitz, ne, Bitz, Bitz, Schweningen, SV Schweningen kenne ich, ja, 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 ich kenne Tannheim, Tannheim war auch da unten bei Fillingen, Schweningen, genau, aber ich suche jetzt mal, ja, ich gehe doch in die Kreisliga A runter, äh, hoch, aber da gibt es wieder keine, geht es da Hohenzollern, ja, Zollern 1, genau, Ostmettingen, Ostmettingen, Erzingen, Pfeffingen, Strassberg, boah, was ist denn das für ein Ort, Winterlingen, ja, ja, geht ja auf Schneeverdingen, aber Schneeverdingen liegt glaube ich wieder in Niedersachsen, Großgosselfingen, ach Gott, Steinhofen, da haben wir es, Steinhofen, das liegt bei Sigmaringen, ich weiß nicht, wo Sigmaringen spielt, können wir von mir aus auch mal gerne schauen, ich will jetzt mal, warte mal, Messstätten, ja, okay, ähm, dann gehen wir nochmal in die Bezirksliga hoch, weil ich will unbedingt wissen, wo der, wo Sigmaringen spielt, Kalfheim hat es schon gehabt, ne, Rohrau, Altau, Herrenberg, Nuffringen, Breitenberg, ja, es ist interessant sich damit zu beschäftigen, also wer es nicht weiß, ich komme aus der Region so von Kalf so in der Nähe, Kalf, Pforzheim so, deswegen interessieren mich diese Ligen am meisten, aber Biesingen, da ist Biesingen, genau, aber Sigmaringen finde ich da jetzt genauso wenig, SV Hart, Rangendingen, boah, ich liebe es einfach in Baden-Württemberg zu sein, Baden-Württemberg, du schönes Land, stramm zu dir, stramm zu dir, mein Baden-Württemberg, äh, äh, Landesliga Staffel 4, da wollen wir mal auch mal reinschauen, Biberach, Mengen, Ravensburg 2, Balingen gibt es auch noch, genau, es gibt ja auch noch oft Herdingen, Mössingen und so weiter, das sind auch nochmal Orte, Dahlen, da irgendwo, SV Weingarten, also ich finde jetzt nicht den Ort, die ich suche, müsst ihr selber mal nach FC Sigmaringen schauen, hätte mich jetzt noch interessiert, wo die sich befinden, dann interessiert mich jetzt natürlich auch noch, wo, weil Heilbronn liegt irgendwo noch in, in Württemberg, ne, ist auch nochmal, auch wenn meine Mutter immer sagt, das sind Badener, wir sind eher Badener als die, äh, wo liegt denn das jetzt schon wieder? Unterland, ich glaube im Unterland müssen wir suchen, Erlenbach, Sülzbach, Löwenstein, Albstadt, Eberbach, Drückspur, Neckar, Neckarzum, Neckarzum, genau, SV, Flein, ich glaube Unterland müssen wir suchen, McMühl, Neudenau, SV Heilbronn, Leinbach, genau, VfR Heilbronn 2, Unter, Eisesheim, Amersbach, Bad Wimfingen, genau, irgendwo dort, äh, Unterland 3, ich glaube die spielen dann doch ein bisschen höher, als ich jetzt gedacht habe, Laufen, Niederhofen, Kirchhausen, okay, ach, ich liebe das einfach, mich darüber zu informieren, Fortschreunde, äh, ja, wir können jetzt noch so weitermachen natürlich, aber muss jetzt wahrlich sein, oder? Bezirksliga Unterland, schauen wir da noch rein, VfR Heilbronn, genau, die wollen ja unbedingt in die Regionalliga wieder zurück, Unter Griesheim, Bad Wimfingen, FC Union Heilbronn, genau, Wüstenrot, TSG Heilbronn, Dürrenzimmern, ja, ja, gibt vieles, gibt vieles, Ost-Württemberg können wir jetzt noch kurz schauen, Brett-Betteringen, Neuler, Lauchheim, Noffern, SV Eintracht, Kirchheim, Loach, SV Groß, Steinbach, ich wollte mal sagen, wir beenden diese Reise, und, ja, gehen jetzt noch mal schnell nach Polen, ich weiß, das hat jetzt nicht mehr viel mit dem Video zu tun, aber, bei Polen liegt ganz wo anders, aber, wir wollen trotzdem kurz nach Polen schauen, weil dort, ist ein, vor allem, nach ganz interessant momentan, ah, FC Zürich spielt gegen Youngboys, Sperrn, sind die nicht in der, ach, warte mal, die könnten Meister werden, ich dachte, FC Zürich spielt aktuell in der zweiten Liga, Loll, FC Zürich, jawohl, okay, wollen wir mal kurz schauen, in die polnische Liga, weil da gibt es einen Ort, den ich richtig interessant finde, der gerade relativ, stark spielt, und ein Ort, der relativ schlecht spielt, wartet, ach, Baden-Württemberg ist schon geil, ich liebe es, in Baden-Württemberg zu leben, Jo, Bad Dürrheim habe ich jetzt nicht gefunden, aber ich glaube, dass du wirst ja auch wieder, im südbadischen Ligen, ja, muss ich mal suchen, muss ich mal suchen, wenn ich es irgendwann mal finde, extra klar, sag genau, Leckposen auf Platz 1, und Progonsch, Jestetin, auf Platz 2, Jestetin, das liegt in Pommern, und ja, das finde ich interessant, dass die so stark gerade spielen, Piaz Pleywitz ist ein Verein aus, äh, Ding, aus Schlesien, Slast-Breslau genauso, Krakowia-Krakau und Wissia-Krakau, Warta-Posen, und jetzt Legia-Warschau, ganz, ganz unten, und ganz ehrlich, ich gönne denen den Abstieg, die haben so Randale-Fans und so weiter, komm, die können absteigen, und Pogon, Jestetin, das wäre so geil, wenn die Meister werden, wird wahrscheinlich nicht klappen, aber trotzdem, dann haben wir hier noch den Verein, Randomjak, Radom, okay, geht hier auch noch, Le, 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 Lehmberg, das müsste Lviv sein, das war in der Ukraine, das liegt in der Ukraine, Kaliningrad ist, so wenn es in der zweiten Liga von Russland, kann man sich mal gerne damit auseinandersetzen, wo aktuell die Vereine spielen, die Pogons, Stetina zum Beispiel, Jestetin hat gegen Lechardanzig gewonnen, ja, jedenfalls, würde ich sagen, beende ich mal das Video, ich hoffe, es hat euch gefallen, gerne kann ich das auch mit Bayern machen, mit Rheinland-Pfalz, sagt, was ihr wollt, bis zum nächsten Mal, und ciao. Ciao.